Hallo, herzlich willkommen zu Galoxys Asperger TV. Ich bin Doro und heute habe ich das Thema Hyposensibilität und Hypersensibilität mitgebracht. Das wird für den ein oder anderen von euch ganz schön spannend sein, weil man kann natürlich auch beide Kombis zusammen haben, Hyper und Hypo. Auf der einen Seite ein bisschen Hyper, auf der anderen ein bisschen Hypo. Und was das bedeutet, das erkläre ich euch. Wie ihr euch da wiedererkennen könnt und wie ihr euch da einschätzen könnt, ist folgendes. Ihr könnt mal schauen und reflektieren, wie ihr auf verschiedene Dinge reagiert. Es gibt Autisten, die merken einfach ganz lange nicht, dass ein Reiz da ist. Sie nehmen ihn null wahr und dann plötzlich ist er aber nicht einfach so stetig angestiegen, sondern er war nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da und dann plötzlich ist er da. Und dieser Reiz ist dann überwältigend zu viel und möglicherweise bist du jemand, der sich dann drüber ärgert, wenn du das an dir wiedererkennst und sagst, ich habe es nicht gemerkt, dann ist es plötzlich zu viel und es kommt schon zum Meltdown. Super ärgerlich, verstehe ich, ist echt auch schwierig. Das ist Hyposensibilität. Das heißt, ein Reiz muss erst super, super laut werden, bis du ihn bemerkst. Das kann zum Beispiel sein, Hunger. Du merkst dein Hungergefühl nicht. Du hast keinen Hunger, keinen Hunger, keinen Hunger und plötzlich bist du schon komplett unterzuckert und dann brauchst du sofort essen, sonst geht es dir ganz, ganz schlecht, beziehungsweise oft ist es auch schon zu spät. Das gilt auch für Durst, das gilt auch für den Toilettengang, das gilt auch für Taktiles. Bei Taktilen ist es oft so, dass so leichte Berührungen für dich dann sehr unangenehm sind und du dann eher so diesen starken Druck magst. Da ist dann der Reiz plötzlich laut genug. Alles, was so leise ist, also ganz leichte Berührungen, die kommen bei dir nicht wirklich an, beziehungsweise die Haut spürt das schon, aber dein Gehirn verarbeitet das nicht richtig und das fühlt sich unangenehm an. Wenn du das weißt, wenn du zu den Hyposensitiven in einem bestimmten Bereich gehörst, dann musst du dir unbedingt einen guten Plan machen. Dann sind so Situationen, wo du das Essen gut planen musst, dass du dir vornehmst, ich frühstücke immer oder ich habe immer irgendwie einen Apfel dabei oder einen Traubenzucker, dass wenn du es tatsächlich mal wieder nicht gemerkt hast, dass es dann schon zu spät ist, dass du dann schnell was bei dir hast. Das sind so Sachen, da kannst du Vorkehrungen treffen. Und eben natürlich deinen Plan entsprechend kognitiv strukturieren, kognitiv dich darauf vorbereiten, weil dein Körper dir das nicht automatisch signalisiert, wie bei den meisten anderen Menschen. Sprich, geh auch regelmäßig zur Toilette, damit du dann nicht hinterher rennen musst und irgendwo Toiletten suchst und dann vielleicht auch was in die Hose geht. Das passiert halt auch. Das ist so und du kannst nichts dafür, du bist nicht doof. Das ist einfach eine andere Wahrnehmung, du hast andere Filter, dein Gehirn funktioniert anders und das ist einfach so, damit muss man dann einfach umgehen. Wenn du hypersensitiv bist, dann ist es so, dass du das schon stetig merkst. Also es passiert dir nicht, dass du nichts merkst, nichts merkst und dann ist es plötzlich da, wie so eine große Stufe, die dann kommt. Das steigt schon stetig an. Das Problem ist nur, dass die ganzen Sachen viel zu laut sind, von Anfang an einfach zu laut sind und die Überempfindlichkeit, ich nenne das überempfindlich, aber es ist nicht wertend gemeint, sondern deine Empfindlichkeit ist sehr offen, sehr reizbelastend, also sehr reizstark. Also die Reize sind einfach zu laut. Da gilt es dann natürlich, sich zu schützen, so gut du kannst. Ihr kennt all diese Methoden von Ohropax und Ohrstöpseln, Noise Cancelling Headphones, all diese Dinge, die dir gut tun, gerne auch irgendwie was Kühlendes, was Wärmendes. All das, was dir taktil dich beruhigt oder dich schützt, ist das, was dir weiterhilft. Und man kann natürlich in einem Sinnesbereich mehr da liegen, im anderen da. Ja, ich erzähle das nur deswegen, weil viele Autisten das gar nicht wissen, dass es bei denen so ist und vor allem das Hyposensitive wird so als solches gar nicht wahrgenommen und sie wundern sich, warum sie so Probleme haben, zum Beispiel eben mit dem Essen. Und wenn du das weißt, dann eben vorarbeiten, proaktiv dir eine Planung machen, dass du dich schützt und dir da hilfst, in deinem Alltag gut zurechtzukommen. Wenn du unsicher sein solltest, wenn du individuelle Fragen haben solltest, dann kannst du zu mir ins Coaching kommen und dann gucken wir zusammen auf deine Situation. Meine Infos findest du unten und verlinkt und du darfst mir auch eine E-Mail schreiben. Ich freue mich über eine Nachricht von dir und euch allen anderen wünsche ich jetzt eine gute Woche. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss! Bistoll Vielen Dank.